Hallo liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zur Monatsvorschau für den Februar 2023 von der Sternwarte Hof. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer schauen wir uns den nächtlichen Himmel an, was uns im Februar so alles erwartet. Ich lege wie immer den Schwerpunkt darauf, hauptsächlich Sachen zu zeigen, die man mit dem bloßen Auge oder mit dem Fernglas schon beobachten kann. Natürlich könnt ihr das auch mit dem Teleskop anschauen. Da seht ihr alles besser und deutlicher in den meisten Fällen, aber es ist auch vor allen Dingen gedacht für Leute, die jetzt kein besonderes Teleskop daheim haben, sondern auch mit dem bloßen Auge oder mit dem Fernglas den Nachthimmel mal genießen möchten. Wie immer verwende ich die Software Stellarium dafür. Die könnt ihr euch kostenfrei für euren Computer herunterladen unter stellarium.org. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Ja, beginnen wir gleich am Anfang mit dem Highlight des vergangenen Monats und auch noch diesen Monats und zwar ist es der Komet C2022 E3 ZTF, der immer noch gut am Nachthimmel zu sehen ist. Allerdings muss man jetzt sagen, unser Freund Mond stört jetzt am Anfang des Monats schon gewaltig. Am 5.2. ist dann Vollmond, das heißt dann können wir den Kometen jetzt eigentlich Anfang des Monats gar nicht ohne störenden Mondeinfluss beobachten. Das heißt, ja, er wird dadurch deutlich abgeschwächt in seiner Helligkeit, da ja der Kontrast zum Hintergrund abnimmt, wenn der hell beleuchtete Mond am Nachthimmel zu sehen ist. Ähnlich wie eben bei allen anderen Deep-Sky-Objekten. Trotzdem lohnt sich natürlich immer ein Blick auf den Kometen, zumal ja das Wetter jetzt im Februar auch nicht immer unbedingt super bei uns ist. Zum Beispiel, ich konnte den Kometen noch kein einziges Mal beobachten bis zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme. Da das Wetter immer schlecht war oder das eine Mal, wo es ging, musste ich leider Nachtschicht arbeiten. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, den Kometen jetzt noch zu sehen. Jetzt am 1. des Monats befindet er sich hier im umscheinbaren Sternbild Giraffe beziehungsweise Lux. Da gibt es leider keine besonderes hellen Aufsuchsterne, die ich euch empfehlen kann. Mit dem bloßen Auge wird der Komet unter Vollmond- oder fast Vollmond-Einfluss eh nicht zu sehen sein. Da müsst ihr auf jeden Fall das Fernglas zur Rate ziehen. Was wir jetzt weiterhin sehen, der Komet wandert Richtung des hellen Sternscapella. Im Sternbild fuhr man weiter, da wird er ungefähr am 6., ich zoome mal etwas rein, am 6. des Monats vorbeiziehen. Ihr seht immer hier den Komet ja mit diesem kleinen Symbol veranschaulicht und dann hier das Datum und die dann zu erwartende scheinbare Helligkeit. Das ist so eine Möglichkeit, wenn er am 6. an dem hellen Stern Capella vorbeizieht. Da könnt ihr auf jeden Fall Capella als super Aufsuchhilfe verwenden, natürlich auch einen Tag vorher, einen Tag danach. Leider wird auch da der Mond noch störend am Himmel sein. Meiner Meinung nach könnt ihr so ungefähr ab dem, ja ich sag mal so ab dem 8. des Monats, am 8.2. in den frühen Abendstunden, wenn es schon dunkel ist, also jetzt im Februar wird es ja um 19 Uhr eigentlich noch dunkel Anfang des Monats, Ende des Monats so um 19.45 Uhr. Also wenn wir jetzt mal auf den 8. springen und so 19 Uhr einstellen, dann seht ihr, der Komet ist hier markiert durch diese vier roten Striche, befindet sich immer noch im Fuhrmann, ist also auch relativ einfach aufzufinden, wenn ihr hier das Sternbild Fuhrmann einfach euch anschaut. Und hier um 19 Uhr seht ihr jetzt schon, da ist der Mond noch nicht aufgegangen, der wird so ungefähr zwei Stunden, beziehungsweise eine Stunde nach Dämmerungsende aufgehen, hier im Osten, also dann, wenn er gerade aufgegangen ist um 20.18 Uhr, könnt ihr immer noch den Kometen gut beobachten, aber da habt ihr dann ab dem 8. schon wieder eine Stunde Zeit unter dunklem Himmel und auch zur angenehmen Uhrzeit und das verbessert sich natürlich dann jeden Tag. Also das heißt, der Mond nimmt ja weiter ab, verschwindet dann langsam vom Nachthimmel. Ab dem 9. sind es dann bereits ja über zwei Stunden, die ihr unter dunklem Himmel den Kometen beobachten könnt. Ganz spannend ist auch, am 11.12. wird er dem Mars recht nahe kommen, hier im Sternbild Stier. Da kann der Mars nochmal als Aufsuchhilfe dienen und am 15.16. der helle Stern Aldebaran im Stier, beziehungsweise in den Hyaden im Stier. Das sind so die Punkte, wo man den Kometen gut auffinden kann. Wir schauen uns kurz nochmal die Lichtkurve des Kometen an, wie die sich entwickeln wird. Am 1. des Monats wird das Maximum erreicht werden, so um die 5. Größenklasse, vielleicht auch etwas heller. Und ihr seht, die Helligkeit nimmt dann rapide ab und bis zum Ende des Monats hier sind wir hier bei, ja, was sagt er hier, 8. Größenklasse. Das heißt, das ist dann auch für ein normales Fernglas nicht mehr erreichbar. Wenn ihr die Chance habt, den Kometen zu beobachten, würde ich euch empfehlen, zwischen dem 8. und dem 20. des Monats, da habt ihr die Möglichkeit, am Abendhimmel den Kometen unter dunklen Himmel zu sehen. Bis zum 20. da wird dann die Helligkeit so weit abgefallen sein, dass er ab da wahrscheinlich mit dem normalen Fernglas nicht mehr sichtbar ist. Also das ist so das Beobachtungsfenster natürlich optimal wäre zwischen dem 8. und 12., wenn das Wetter mal mitspielt. Da könnt ihr auf jeden Fall den Kometen noch bei relativ großer Helligkeit, also hier in dem Bereich über 6. Größenklasse, also theoretisch noch freiäugig sichtbar beobachten oder halt auch fotografieren, während ihr das möchtet. Also ich drücke uns allen auf jeden Fall die Daumen, dass es da mit dem Wetter passt und wir die Möglichkeit haben, hier den Kometen auf jeden Fall nochmal zu beobachten. Jetzt schauen wir uns die Planeten an, die wir im Februar sehen können. Das ist eigentlich jetzt relativ überschaubar. Der Saturn hat sich von der Himmelsbühne verabschiedet und wenn wir jetzt in der Abenddämmerung gegen 1830 Richtung Westen blicken, sehen wir tief am Horizont die helle Venus als Abendstern und sozusagen etwas oberhalb der Venus ist der Jupiter noch zu sehen. Allerdings endet eigentlich auch hier die Sichtbarkeit. Den Jupiter könnt ihr zwar noch versuchen im Teleskop zu beobachten, beziehungsweise mit dem Fernglas könnt ihr auch die vier galiläischen Monde noch anschauen, aber eigentlich ist die Beobachtungszeit für den Jupiter jetzt auch wieder abgelaufen. Wir schauen uns kurz mal die Venus an. Im Laufe des Monats wird sie nämlich immer höher steigen an den Himmel. Das heißt, die Sichtbarkeit wird deutlich besser werden. Ihr seht schon, Venus und Jupiter nähern sich jetzt immer weiter an. Ihr erkennt auch, dass die Tage wieder länger werden. Das heißt, es wird jetzt mit jedem Tag zu Abend heller und ihr seht, ab dem 21. taucht jetzt auch der Mond wieder am Nachthimmel auf. Am 20. war Neumond, am 21. ist die Mondsichel hier in der Dämmerung noch nicht zu sehen. Aber ganz spannend ist am 22. da steht nämlich die schmale Mondsichel genau zwischen Jupiter und Venus. Also das ist auch ein super Anblick. Den könnt ihr auf jeden Fall im Fernglas richtig gut genießen. Die gleisend helle Venus, die schmal beleuchtete Mondsichel und der etwas schwächere Jupiter. Wirklich eine wirklich tolle Konstellation am Nachthimmel. In den darauf folgenden Tagen werden sich Venus und Jupiter immer weiter annähern. Bis zum Ende des Monats stehen die sehr nahe beieinander und dann am 2. bzw. 1. März haben die hier ihre Konjunktion am Nachthimmel erreicht. Das ist auch eine spannende Sache. Dann, wie gesagt, schon eine kleine Vorschau auf den März. Aber da Ende des Monats ist einiges Interessantes zu sehen. Dann am 27. bzw. 28. da müssen wir schon mal eine Stunde weiter gehen, dass wir wieder am dunklen Himmel sind, steht der Mond noch als halb beleuchtete Scheibe in der Nähe des Mars. Wie gesagt 27. oder 28. sowohl auf der einen als auf der anderen Seite. Ja, soviel schon zu den Planeten. Ihr seht schon, die kommenden Monate werden da etwas rarer sein. Der Mars ist zwar noch gut am Himmel zu sehen, mit bloßem Auge. Das Planetenscheibchen wird aber mit 8 Bogensekunden Durchmesser nicht mehr so viele Details im Fernrohr preisgeben. Heute möchte ich euch mal einige Sterne vorstellen. Mal ganz ungewöhnlich für Deep Sky Objekte, da wir Sterne eigentlich relativ selten beobachten. Aber ich denke, das ist ganz spannend, vor allen Dingen jetzt am Winterhimmel. Vielleicht kennt ihr das berühmte Wintersechseck, also aus sehr hellen Sternen zusammengesetzter Asterismus am Winterhimmel. Das sind auch sozusagen die ersten Sterne, die ihr, wenn es dämmert, sehen könnt. Und jetzt im Februar ist das noch prominent am Abendhimmel zu sichten. Besteht aus dem Stern Capella im Fuhrmann, dem Aldebaran hier im Stier, dem Riegel im Orion, Sirius, dem hellsten Stern am Nachthimmel, im großen Hund, Progion im kleinen Hund und Pollux hier in den Zwillingen. Ja, und diese Sterne, die sind am Nachthimmel für uns sehr hell zu sehen, hat aber teilweise ganz unterschiedliche Gründe. Der Riegel, der ist zum Beispiel hunderttausendmal leuchtkräftiger als unsere Sonne, ist ein blauer Riesenstern, hat eine sehr, sehr große Masse und leuchtet deswegen auch so prominent. Und dem gegenüber steht der Sirius uns zum Beispiel sehr nahe. Der ist nur ungefähr acht Lichtjahre von uns weg und leuchtet zwar auch heller als die Sonne, hat immer noch die 20 bis 25 fache Leuchtkraft, aber ist eben hauptsächlich aufgrund seiner Nähe ein besonders hell am Nachthimmel sichtbarer Stern. Beim Sirius möchte ich auch gleich noch ein bisschen ins Detail gehen. Der Sirius ist nicht nur der hellste Stern am Nachthimmel scheinbar, er hat nämlich auch einen interessanten Begleiter und zwar ist das Sirius B, das ist ein sogenannter weißer Zwerg, der ist jetzt hier bei meinem Sternkatalog gar nicht hinterlegt, aber hier an der Position würde der sich aktuell befinden. Das Besondere ist, der steht uns sehr nahe, ist uns der nächstgelegene weiße Zwerg, also ein Überrest eines ja sterbenden bzw. schon gestorbenen Sterns, unglaublich dicht und massereich für seine Größe. Also der ist ungefähr so groß wie die Erde, enthält aber die Masse von einer gesamten Sonne, also hochdichtes Material. Dort finden keine Kernreaktionen mehr statt, der kühlt also im Laufe der Zeit aus, ist aber jetzt mit 8er Größenklasse eigentlich noch sehr hell und steht jetzt in diesem Jahr optimal zum Beobachten, also ungefähr 11 Sekunden vom Sirius entfernt. Das Problem bei der Trennung dieses Doppelsterns ist immer, dass der Sirius eben so viel heller ist und normalerweise diesen Sirius B, den weißen Zwerg, überstrahlt. Aber jetzt in diesem Jahr habt ihr die Gelegenheit mit dem maximalen Abstand und auch natürlich den maximalen Erfolgsaussichten hier eine Doppelsternbeobachtung zu machen. Dafür braucht ihr natürlich ein Teleskop und hohe Vergrößerung und ein gutes Seeing, also geringe Luftunruhe. Das könnt ihr mit dem bloßen Auge nicht beobachten, aber ich denke, das ist trotzdem was Spannendes am Stern Sirius. Und dann möchte ich kurz noch was zum Aldebaran sagen, der ja hier im Stier zu finden ist, der scheinbar in den Hyaden steht, gehört aber nicht mit zu dem Sternhaufen. Ihr seht hier im Stellarium ist das ganz schön angedeutet, der leuchtet jetzt im Vergleich zum Sirius nicht bläulich, sondern eher rötlich. Liegt daran, dass es ein roter Riesenstern ist, der deutlich größer ist als unsere Sonne, ungefähr 45 Mal so groß. Die Sonne ist ja auch nicht gerade klein, hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer und hier sind wir eben um den Faktor 45 größer und deswegen ist er auch 500-fach leuchtkräftiger als die Sonne. Und weil der so ausgedehnt ist, hat er an seiner Oberfläche eine sehr niedrige Temperatur für einen Stern, nämlich nur ungefähr 3.900 Kelvin und dadurch leuchtet er eben ganz einfach rot, wohingegen zum Beispiel der Sirius knapp 10.000 Kelvin hat oder der Riegel 12.000 und die dann eben bläulich-weiß erscheinen. So könnt ihr auch die Sternfarben euch bei allen Sternen erklären. Ihr seht, das Ganze hat einfach was mit der Oberflächentemperatur der Sterne zu tun. Also je heißer, desto weißlich-bläulich leuchten die und solche M-Zwerge, die nur, was weiß ich, 3.000 Kelvin Oberflächentemperatur haben, die leuchten eben in einem tiefen roten Licht und daher kommen diese verschiedenen Sternfarben einfach zustande. Ich möchte euch jetzt noch zwei, drei Objekte vorstellen, die man jetzt gut beobachten kann am Anfang der Nacht. Und zwar bleiben wir mal hier in Richtung des Wintersechseckes und zwar bei unserem Freund Sirius. Das ist auch ein super einfach zu findenes Objekt, nämlich ihr sucht durch den Sirius und geht einfach senkrecht Richtung Horizont und da findet ihr hier diese Aufhellung. Das ist der Sternhaufen Messier 41, einer der schönsten Sternhaufen für das Fernglas am Nachthimmel. Ist relativ ausgedehnt, aber auch sehr hell, kann unter dunklem Himmel bereits mit dem bloßen Auge gesehen werden und im Fernglas eben wird er schon in Einzelsterne aufgelöst. Also nicht nur ein verwaschenes Fleckchen, sondern ihr könnt auch einzelne Sterne sehen. Ist ungefähr 2.300 Lichtjahre von uns entfernt und hat so 100 Sterne, die man dann im Teleskop hauptsächlich erkennen kann. Im Fernglas ist es halt eine Handvoll oder zwei Handvoll, die ihr aufblitzen sehen könnt. Also das ist wirklich ein super gut zu findendes Objekt und auch sehr schön direkt unterhalb vom Sirius einfach senkrecht runterschwenken mit dem Fernglas und dann findet ihr hier den Messier 41. Auch vom Sirius ausgehend quasi nicht nach Süden, also nach Richtung Horizont, sondern Richtung Osten. Wenn ihr mit eurem Fernglas schwenkt, dann kommt ihr hier zu diesen beiden Sternhaufen. Das sind Messier 46 und 47. Die gehören nicht mehr zum großen Hund, sondern eigentlich zum Sternbild Achterdeck des Schiffs. Ich finde es aber vom Sirius aus aufzusuchen immer sehr praktisch. Also Sirius gleiche Höhe ungefähr. Einfach nach links bzw. Richtung Osten schwenken und dann seht ihr die beiden als verwaschene Fleckchen in eurem Fernglas. Ganz spannend ist hier beim M46, dass es hier noch diesen vorgelagerten planetarischen Nebel gibt. Den könnt ihr natürlich nur im Teleskop erkennen. Da ist es aber ein ganz interessanter Anblick. Also dieses kleine Scheibchen inmitten von dem Sterngewusel vom offenen Sternhaufen. Der gehört nicht zu dem Sternhaufen dazu. Der ist ungefähr 1400 Lichtjahre entfernt. Der planetarische Nebel der Sternhaufen ist ungefähr 5000 Lichtjahre entfernt. Also es ist einfach ein zufälligerweise vorgelagertes Objekt. Diese beiden Sternhaufen gehören auch zu den Klassikern eigentlich am Winterhimmel, die man einfach mal mitnehmen sollte. Das einzige Problem ist, wenn ihr unter lichtverschmutzten Himmel beobachtet, die stehen halt schon sehr nahe am Horizont. Und auch hier, auch wenn das bei Sternhaufen nicht so extrem ist, bietet es sich natürlich an, wenn ihr die Gelegenheit habt, einfach unter dunklen Himmel zu fahren und dort zu beobachten. Und als letztes springen wir noch in das Sternbild Zwillinge. Und zwar finden wir hier einen wunderschönen planetarischen Nebel. Und zwar ist das NGC 2392, der sogenannte Eskimo-Nebel, befindet sich hier. Der ist eigentlich auch jetzt für das Fernglas kein super gutes Objekt. Der ist zwar hell genug, um mit dem Fernglas gesehen zu werden, aber um jetzt tatsächlich das als Scheibchen aufzulösen, benötigt es natürlich schon ein Teleskop. Hier seht ihr das Bild, das hinterlegt ist. Der hat einen sehr hellen Zentralstern und der kann auch ohne Probleme im Teleskop erkannt werden. Und dann halt diese äußere Schalenstruktur erfordert dann eigentlich schon ein größeres Instrument. Also so ab 8 Zoll sollte man es beginnen, dass man hier Details erkennen kann. Da solltet ihr bis zur maximalen möglichen Vergrößerung eures Instrumentes gehen. Das heißt, es braucht auch gutes Seen dafür. Aber wie gesagt, der ist sehr hell und man kann auch hier einen grünlichen Farbeindruck gewinnen. Eben aufgrund der hohen Flächenkehrlichkeit des planetarischen Nebels, was ja sonst bei Deep-Sky-Objekten eher schwierig ist und meistens nur graue Flecken sichtbar sind. Ja, der NGC 2392 soll dann unser Schlusspunkt sein für die Monatsvorschau im Februar 2023. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei den eigenen Beobachtungen und vor allen Dingen Clear Skies und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.